KING SIGI Ja, das war unser Onkelname und mein kurster Name zusammen. Weil früher mein Onkel Name ist Seki. Denn die deutschen Leute sagen immer Sigi. Sigi, Sigi, Sigi. Der kommt vorne KING. Denn zusammen passt sehr gut KING SIGI. Beste Döner natürlich in Potsdam. Unsere Spezialität ist Döner natürlich. Fünf verschiedene Soße. Die machen die Soße alles selbst gemacht. Und alles eigene Rezepte. Geheimnis natürlich. Wir haben so große Auswahl. Die Hunde zum Beispiel. Da kommt alles. Kinder ist große. Es gibt nicht so Grenzen. 5 bis 90 Jahre. Weil letztes Jahre kommt eine Dame. 104 Jahre alt. Wir haben 60 Jahre gehabt. Aber jetzt nur eine. Und hier kurz. Das letzte Stelle. Das ist das nicht dran. Und hier ist das nicht. Das ist das nicht. Arbeiterinnen und Arbeiterinnen und Arbeiter machen, Rehbektien machen müssen. Ich bin zufrieden. Hier ist alles wunderbar. Ich wünsche unsere alle Kunden oder alle Menschen glücklich sein und gesund. Willkommen gerne hier bei mir dünn essen. Das wäre es. Danke. Bis zum nächsten Mal.